Was sagt denn der Norddeutsche zu diesem Wetter? Toll! Genial. Ich war noch nie bei so einem Wetter auf der Küste. Besser geht's nicht. Herrlich. Ich komme aus Bayern und finde es beschießen, muss ich sagen. Das Wetter? Ja. Warum? Wegen des Windes. Der ist eiskalt. Oh, ja. Es ist ziemlich kalt. Ich bin von Kalifornien, also ich bin nicht wirklich mit dem Schnee. Das ist nicht schlecht. Ein bisschen kalt, aber ich sage mal, was es der Feuchtigkeit betrifft, ist es mit dem Schnee doch günstiger als mit dem Regen. Kalt, verdammt kalt. Aber ich freue mich über den Schnee, muss ich sagen. Einfach nur tolles Winterwetter. Endlich haben wir mal Schnee. Es reicht aber jetzt genau. Wie schützen Sie sich denn vor der Kälte? Ganz kurzer Tipp zum Warmhalten. Nicht besonders, also dicke Jacke, Schalmütze, Handschuhe. Mit Kaffee, noch mal Kaffee und vielleicht ganz viel einpacken. Zuhause im Bett schlafen. Also nicht rausgehen. Dicke Klamotten und langärmige Unterhose, sagen wir. Das hilft. Dicke Klamotten und langärmige Untertitelung. Dicke Klamotten und langärmige Untertitelung. Vielen Dank.